Mach deinen Arsch, du, mach dir aus meiner Leitung raus, du Birne. Wenn ich ganz ehrlich bin, Jasmin war auch dabei, beim Tierpark. Große 1 sind meine Lampen weg, mein Teppich, mein Warmwasserpoiler. Richtsordnungsamt eine Anzeige. Das ist jetzt das zweite Mal, wo sie uns die Mäbel wegnehmen. Die Schweine, meine Jardinen sind weg. Hier stinkt alles nach Farbe. Mein Warmwasserpoiler weg, meine Tapete weg, meine Lampen weg. Das gibt eine Anzeige. Mach dich raus hier. Mach dich raus hier. Mach dich für meine Gautschuhner. Von einer Skala von 1 bis 10, wie finden Sie, wie sehe ich aus? Sympathisch, man kann sich unterhalten. Was sagen Sie denn zur aktuellen Flüchtlingspolitik? Raus mit die Viecher, die sind ja nicht erwünscht.